so leute hallo und herzlich willkommen zu einer ja wieder einer kleinen runde äh hextet hier auf ich hoffe es heute bitte kack nicht ab jetzt ich habe 60 ja genau ihr guckt das jetzt wahrscheinlich schon in 2014 wir sind hier noch ein was und damit die erste folge im jahres weiter und jetzt nicht die erste junge ich habe noch drei herzen bis hin das ist nur mein bogen ja leute während der also gestern ist ja lieben ob moritz mal wieder abgeschmiert und da haben auch beendet letztes gestern in der letzten folge sagen uns und ja ist so ich habe mir das ein bisschen weiter gemacht ich bin ich war ja im dungeon und habe ich zu ende gemacht und moritz könntest du bitte mitkommen ja warte ich muss eben mehr ich überlegte gerade was ich nehme in den leuten alle lehntes das mit ich habe da und dann muss also bostner bost also dann schon boss wieder und dann nehmen wir noch so ein turm der hat dann auch gemacht und habe ich ein paar hatte also habe ich eine menge teile von der scale rüstung bekommen plus doch irgendwie irgendwelche neuen klar ich weiß gar nicht was das sein soll ist so eine art um die heißt das der kirche ist und kreuz genau ein kreuz habe ich und aua und um dann noch ein ähnter und ein sport dann habe ich halt noch mal kisten sortiert und um jeder ein bisschen dekoriert und ich habe zwei grüne backpacks jetzt ein nehmt okay okay also warte knochen wollte so weg es ist also man ist aber ich nicht gleich noch meine zielfristung also meine ja meine zielfristung ist komplett und meine auch kommen was bitte die ausstellung schlechter ein so übel er wird die rechten ja klar und jetzt mit nach jetzt momentan noch nicht aber ich kann ich mir gut vorstellen dass es gleich wieder legt angeblich jetzt kommt es wenn er machen was sie dann also wird wenn er sich an meinen ja und wir sollen weil es sich für euch erst mal zeigen wie man hier reinkommt und zwar am Koppmann in der der Länge bei der Harnens liegen wir und jetzt runter und hier er oder ich habe ja alles dringend von also ich habe alle sortierten Schwerter hier ist zum Beispiel um einen aber es ist in der Runde sie schütteln also sie schütteln haben sie schon also schon ich muss aber noch nicht verzaubert werden ja auch immer nicht mehr als man sie ja wo ein neuen aber ich habe nur Prozent auf Bansch und ich habe Resolution doch wohl und was noch mit Meteoriten Rüstung ein Wurst aus ich habe keine Pfeile füllen wird auf also ich habe nicht mehr so mehr welche ausmacht ist der elektrischste Notaspekte so was soll ich auch noch mitnehmen er wird dann habe ich auch noch ein bisschen um die Saal gefahren damit die Zahlen wieder also damit sie ein bisschen zum Bumsen haben zum Watt du weißt nicht die Tiki Sender aus so wie viele Nutzung mit ein ich habe mich auch im Moment das ist schön nur so lange er auch gewartet an wie viel kostet das Unendlichkeit 1 2 2 nicht erlöschen ich versuchte ich komme das war eben aufs Schiff gehen an einem Verzauberung ach das weil ich brauche ich fahre ich fahre verbrauche ich den jetzt den letzten Elektrix der 4 aber dass man immer so schön schnell drüben ist super so also jetzt Elektrix der Fräulein sind ja so wie ich habe es eine um ein bisschen mehr gefunden und damit kann ich mich auch um Prozent nach hause interpretieren denn Moritz ja ich weiß jetzt wie man den benutzt so hat er die in der Regel und ist das Spiegel so durch ihn muss Daniel war sollte ich noch mal als Prozent zweites noch drauf haben auf den Elektrix der keine Ahnung, Umbre, ihr könnt alles drauf machen, ist alles umsonst? Das ist doch kacke, Soultether, was ist Soultether nochmal? Soultether ist, dass du das nach dem Tod behältst. Das ist schön. Da gibt es auch nur eins, ha, Blatt? So, Blatt, ich hab einfach alles drauf, da haben wir alles drauf. So, der Spiegel wird das, also ich hab mir jetzt halt, ich erkläre es euch mal, jetzt lege ich mal da hoch. Und zwar, ich hab ihn jetzt draußen, und es darf kein Block über mir sein, ne? Und ich hab ihn draußen, und jetzt pack ich den einfach in eine Tasche. Ich nehme es straight, keine Ahnung, so, und pack ihn jetzt hier weg. Und der hat sich jetzt diese Stelle gemerkt. Und wenn ich jetzt irgendwo überdrehen, ich gehe mal eben zum Moritz. Ihr seht, dass wir nicht, boah, irgendwie, oh, so, kann man eben zum Moritz. Unbreaking, nein, was, ich brauch mich unbreaking, ich brauch, so, ich bin jetzt bei Moritz, und jetzt kann ich, in dem ich, also jetzt hab ich ja Blöcke über mir, es müssen Blöcke über mir sein, sonst komm ich nicht dahin. Jetzt kann ich den Spiegel rausnehmen, und dann rechtsklick gedrückt halten. Und dann werde ich nämlich zu dieser Stelle teleponiert, wo er das letzte Mal Licht gesehen hat, aber ihr müsst... Oh, nein, ich hab Musik an, war schon ein Musik, ne, doch nicht. Hä, ich bin wieder an der Stelle, wo ich von euch soll, und mach ich eben mal leiser als sonst. Aber ihr müsst nur eine Tasche packen, ne, weil, ähm, ich glaubte sie in eurem Inventor auch das Licht. Das war ein bisschen kompliziert. Wir haben in dem Magic Mirror ein bisschen kompliziert. Das schön. Ich kann ja gar nicht hin und findet die Leistung, die ist auch 11 Level und ich hab nur 3. Kim Rostankon, ich hab schon mal schon die Minuten markiert, denn die Zukunft wieder an Lübeer auf Dungeon. So, es ist ein Lübeer. Dungeon, nur in Berlin, nur in Berlin, aber in Berlin. Und es gibt es mal in die Richtung. Das schön. La-la-la-la-la-la. ja vor Ort kommt man einem so langsam vor wenn man normal läuft Naja Stimmen also es gibt halt auch Boots mit dem man so ein bisschen schneller ist also die Ziefrüstung macht ein ziemlich schnell schneller wenn man springt Murat und um also ich hätte ich will jetzt auch nicht benutzen weil so ein ganz verzaubert ist deswegen eine Zielgruppe sein oder was genau die Ziefrüstung also jetzt bis er in den geradeaus gelandet laufen ja die ganze geradeaus durch Schneebildung aber das ist das ist zumindest die jährlich ist der eigenen Effekt als diese Ziefrüstung bei diesem Diener ich hab jetzt gewohnt ich bin noch nur von der Dienstag aber der Loma Tico das möglich ist nur mehr 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 zu probieren durch zwei Niederstas das ist ein Pilsen Amor Marmor kann ja auch gut und es ist Pils und soll ich weiß gar nicht was man machen kann in der Nähe nur ab Schöhnung über geflutet Nürnberg war zu lieben sagt doch auch kein Mensch so gehen wir nicht ein bisschen Marmor warten das ist schon ein Schiff auf dem Netz auch zudem ich weiß nicht ob das schon gewollt Kinder ist gern also Schiffe sind für mich immer gut die Güte ja also Prozent frohes neues Jahr 2014 haben wir wahrscheinlich noch nicht gesagt ja also den ihnen das hat noch nicht noch 2013 auf aber diese Folge wird wahrscheinlich zwei und jetzt noch auskommen er wollte den sieben zwanzigsten gerade wo wir es aufnehmen jetzt also wir haben ja die Probe schöne Weihnachten genau ab dem Norden Braten gut verdauert auf jeden Fall keine Schäden von Silvester davon getragen naja ich habe eine Beule bekommen also ich werde das weiß ich jetzt schon ne ich werde eine Beule bekommen ganz genau ich weiß das also Moritz kommt mit also ihr müsst wissen Daniel kann in die Zukunft gucken und Daniel steht du stehst bei mir gerade rum du stehst bei mir rum auch mal ein auch komm schon nein er hat sie weg ja ein bisschen und einfach gleich das war nicht die Räscher Klassik das Wasser mit Blitz nur heute und nur bei EGAL kaufen sie eine Flasche Geräusch deiner Klassik und erhalten sie eine Flasche Geräusch deiner Klassik gratis dazu EGAL einmal drin alles hin so es geht schon weiter wieder äh mich hat gerade ein Spinn angegriffen so ja ähm ich bin da nun schon vor der letzten Folge drin also da wo ihr nicht mehr dabei wart leider boah jaja jetzt weiß ich nicht wo du bist man Moritz du siehst doch auf der Meck dann muss man bei uns auch nicht sehen aber auch das ist weil die Zeit ja da bin ich bin dass man um den Linken davon um eine Lektion zu kommen hat hoch ich habe beide jetzt nennen durchgehend genommen aber auch die oberste Kiste nehmen von mir aus ab und wo muss ich habe für dich eine Prozent der Mannschaft hat was gebraucht schön leuchten Storen seit der Kanäle aber auch nicht nur mit Karotten nach einmal kann man immer gebrauchen Marble habe ich fünf Stück aufgenommen Loll er warum schlechst du nicht mann so mal schauen ob sie an sie überhaupt in der Kiste gelootet ja er oben also jetzt leckst du ein paar es ist ja jetzt geht es so und schuldig auch komisch werden also ich bin hier also ich habe die oberen Kisten und zwar diesen immer unnötig nö die war gar nicht unnötig worden also die meisten sind unnötig ach was schon leute mit Eisenrüstung ein und der Gau bei Ressens nö ich habe ein Wort heißen warum habe ich die nicht mitgenommen die socken und so hier bin ich hier durchgerutscht stimmt ja das Essen also ich bin in einem deutschen Halt von denen durchgerutscht hier ist ein ganzes Bauma zum Beispiel Schadetburg was ist ein Mensch hier steht einfach nur Enchanted Book aber nicht was drauf ist was hatten wir noch die die Schaden auf so ne cool sind hier unten noch Mobs ja ich hab doch noch die Linie mit dem Wunsch gar nicht und nur unnötig wird schon weil es ist also ich bin die durchgerutscht und schlisten die letzten Male hier habe ich noch einmal das Tor nein die großen großen Diamant Axt er hat er schon gut der Axt Where the fuck for? Was bringt ein... Ich hab, ähm... Ja, ich bin hier wirklich durchgerusht. Ich hab mich irgendwie nur von oben nach unten durchgebaut. Also, ähm, ich habe hier... Nein! Oh, das war krass. Iron Big Sword! Ich hab ein Diamond Big Sword von Venobiles. Junge. Ich hab ein... Ich hab noch Seath Boots. Nice. Gib mir die. Dann hab ich kein Obst, äh, vorziehen. Das brauch ich ja nicht. Was ist das denn? Hab wirklich ziemlich viel verdient. Nee, da kann ich nicht durchgefallen sein. Ab wann hast du angefangen auszuräumen, man? Wie tief geht der runter, man? Wie tief du unter mir bist einfach schon. Ja, hier ist der letzte. Ah, Blaze Rods. Nice. Ja. Ah, da warte noch. Fleisch. Rock Chop. Ich hab noch einen, äh, Klug, also so einen Umhang, der unsichtbarkeit ist, und man kann sich damit unsichtbar machen. Mein erster Feind in dieser Folge, äh, ne goldene Karotte, what the hell? Ich hab ein, äh, golden Chocobo-Ei, äh, also ach, golden sei schon, yellow, ähm, aber ich spawn-Ei halt, weil ich weiß gar nicht, äh, die brauchen wir gar nicht, weil wir haben ja solche. Ich glaub, tränkebrauen werden wir nicht, oder? Ich glaub, tränkebrauen werden wir nicht, oder? Dann lass ich nämlich die goldenen Karotten liegen. Voll unnötig. Ähm, nein. Da bist du ja. Ja, Leute, Junge, warum nimmst du nicht nen Iron Bow mit? Äh, weil wir beide Legia-Bow haben, denn das ist der beste Bogen, den es gibt. Na gut, aber ich werd den erster Zaubern bevor ich benutze. Na, macht das. So. Irgendwann, was hier runtergebaut kann auch sein. Ja. Also grad eben halt. Ach so, ja, jetzt. Wui, da bin. Moritz, wissen, hier kriegst du Diamant-Spitz mit der Fischens-Züge, äh, nein, da, nehmen sie auf. Was? Wo, wo, wo? Da! Meiner. Meiner. Da, da, ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, du Arsch, Alter, nur weil du hier Dingens hast. Das sind Creeper oben, du hast es bei mir jetzt aufgenommen, ne? Keine Ahnung. Komm, wir gehen jetzt zum Schiff. Ich meine nicht, nur hab ich nicht. Ach so, ich hab's hier bei mir. Moment, ich wollte eben noch was Sachen in meinen Rucksack packen, damit ich wieder schon ein bisschen Platz mehr, mehr Platz haben. Äh, hier, wofür brauche ich Jokopedia? Ähm, damit kannst du die Jokobus halt, äh, den kannst halt dann so sagen, Du, bleib dir stehen, du kannst einen Namen geben und damit kannst irgendwie... Ach, genau. Ja, ich hab's hier ab und ich hab ihn in meinen Rucksack, ne? Ach, wir haben das. Ja, ich hab' ja... Okay, was brauche ich noch so wichtig is? Ja, erst du, okay. Ja, ich will mir in meinen Rucksack anziehen, wieder. Ja, ich hab' einen grünen Rucksack. Komm her, wo bist du? Ich hab' nur. Und nach Faden. Hö, das ist ein Schiff. Nimm das. Da. Ah, gut, danke. okay ich würde dann sagen nämlich doch sofort aufwärts gesicht aber erstmal wieder auf den höchsten punkte okay nein ich bin vorbeigeflogen ich auch aber ich bin noch auf dem segel neuer ist der fuck nein ich bin noch auf dem obersten punkt durch einen anderen star abschießen klar abschließen können aber ich mache wunderte ich habe auch fünf oder ich habe gar nichts auf dem drauf jetzt momentan noch ich habe kaufs drauf kasse vertäubung wir haben kein 20 jahre 3 mache ich nur 2 aber du musst aufs worte als das ist voll ungezieht und sie genauer kommen jetzt lass runtergehen oder ich bin schon unten sagt das doch die schießen macht nichts ja das leckte ja jetzt nicht mehr ja ich habe den einen runtergehauen dafür können wir aber auch nichts ja ich habe mir fucking spinnen und sie mussten jetzt schon so aufnehmen weil sonst der server ausgehen würde oder ja du verlängerst du noch mal muskate muskete wie das heißt kann das macht ein zombie auf dem piratenschiff die greifen sich gegenseitig an die schießen sich gegenseitig ab egal